Hallo und herzlich willkommen bei Taktgefühl. Wir haben heute neue Übungen und zwar Reitübungen für euch. Und zwar geht es einem ja manchmal so, dass man irgendwie nicht richtig weiß, was man reiten soll, aber auch keine Lust hat, was aufzubauen, sei es, weil wie bei uns heute der Platz einfach komplett unter Wasser ist und Stangen oder Hütchen in diesen nassen Platz zu stellen auch nicht so wirklich Spaß macht. Und da bieten sich dann einmal die klassischen Hufschlagfiguren an, die man meistens eh mehr reiten könnte und präziser reiten könnte, als man das macht. Wir haben heute aber nochmal vier Übungen mit, ja ich sag mal einfach kreativeren und ein bisschen kombinierten Hufschlagfiguren, so dass man da auch wirklich eine effektive Übung draus machen kann und die zeigen wir euch jetzt. Ja, unsere erste Übung ist eine Kombination aus Wolken und der einfachen Schlangenlinie. Es ist ja so, dass die einfache Schlangenlinie erstens gar nicht so einfach zu reiten ist und man häufig so ein bisschen die richtigen Biegungen verschlampt. Und deswegen starten wir jetzt, da wo wir unsere Schlangenlinie normalerweise starten würden, erstmal mit einer Wolte, so können wir nämlich schon mal unsere richtige Biegung kreieren hier. Denn in der Schlangenlinie biegen wir ja quasi einmal nach innen, dann im Prinzip für den Bogen wieder nach außen, also ins Innere des Bogens und dann wieder neu ins Innere der Bahn. Das heißt, jetzt haben wir unsere Biegung schon kreiert, dann können wir einmal umbiegen, ich bleibe jetzt hier einmal in der 2 zu 2 Führung und dann eine Wolte wieder nach innen zu machen, um hier die Biegung zu kreieren. Hier müsst ihr euch bewusst sein, dass eure Wolte entweder ein bisschen sehr klein ist oder ihr eurem Dogen größer reiten müsst, als das im Lehrbuch steht, weil 5 Meter sonst einfach ein bisschen klein für eine Wolte sind. So, und dann kommen wir wieder an und machen wieder eine Wolte, um hier unsere Biegung in die neue innere Richtung wieder zu forcieren und ein bisschen zu unterstützen. Und das führt eben dazu, dass man sich eine relativ präzise Schlangenlinie angewöhnt und eben diesen Vorteil der Schlangenlinie mit dem Umbiegen gut mitnehmen kann, dadurch, dass man den über die Wolten ein bisschen verstärkt. Das Ganze geht natürlich in allen Gangarten, beziehungsweise vor allen Dingen im Traben auch gut. Im Galopp müsste man natürlich Galoppwechsel dazwischen machen, wie man das sonst auf einer einfachen Schlangenlinie aber auch machen müsste. Genau. Super, versuchen wir hier nochmal. Also, einmal erste Wolte. Wir kommen an, laufen sofort in unsere Schlangenlinie los, biegen unser Pferd um für den Bogen, hängen in der Mitte des Bogens eine Wolte dran und das Ding an der Schlangenlinie ist, dass eben alles relativ schnell kommt immer und dann verenden wir unseren Boden, biegen unser Pferd wieder um und leiten eine Wolte in die neue Richtung an. Komm, 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 super, 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 gut. Fein, ja, fein. Ja, unsere zweite Übung sind kehrt, wollten in so einer Art Schleife aneinander gelehnt. Das heißt, wir beginnen eben mit der ersten, aus der Ecke kehrt. Man kann das natürlich bis zur Mitte der Bahn reiten, das machen wir hier auf unserem kleinen Platz meistens, man kann es auch ein bisschen kleiner machen, kommt ein bisschen drauf an. Ja, wir machen hier ein bisschen starke Biegung gerade durch das Wasser und kommen dann an B wieder aus, wechseln unsere Hand, sitzen im Zweifel um und machen dann eine neue Kehrtwollsche bei A. Und im Schritt kann man sich das Ganze entweder ein bisschen, ich sag mal, spannender gestalten, indem man beispielsweise zur Bande zurück im Schenkeweichen geht oder auch in der Traversale. Wir können jetzt quasi hier ein bisschen rüber in der Traversale gehen. Komm, ein bisschen arbeiten, ein bisschen arbeiten, gut. Und dann wieder gerade stellen und umstellen oder man kann das Ganze eben natürlich auch im Trab machen. Hey, kannst du mal ein bisschen arbeiten? Hallo. Gut. Sehr gut. Und auch im Trab kann ich natürlich hier ein bisschen eine Traversale-Idee dazunehmen, wenn ich mir das Ganze ein bisschen spannender gestalten möchte oder eben auch einfach nur den Schenkelweichen. Einfach so weit, wie ihr mit eurem Pferd da seid. Nee? Schatzi. Gut. Und auch wieder zurück in die neue Richtung dann. Super. Und ihr könnt eben eigentlich mit dieser Übung auch den Außengalopp ein bisschen vorbereiten. Dann könnt ihr mal angaloppieren. Super. Eben eine Ausdecke kehrt galoppieren. Komm. Dann wäre ich hier im Außengalopp. Kann die lange Seite im Außengalopp galoppieren. Kann vor der Ecke durchparieren. Und eben, komm, den neuen Galopp innen angaloppieren. Wieder zur Bande. Wieder die lange Seite im Außengalopp. Und durchparieren. Unsere nächste Übung ist im Endeffekt eine große Acht durch die Bahn. Und zwar beginnen wir quasi unsere Acht, indem wir eine Gerade durch die Diagonale reiten. Möglichst gerade. Trotz Wasserpfützen auf unserem Weg reiten wir gerade zur F rüber jetzt. Idealerweise. Und dann hängen wir quasi einen halben Zirkel ab A ran, um zurück für unsere Acht aus dem Zirkel zu wechseln. So haben wir quasi immer auf einer Hand das Gerade wechseln und auf der anderen Hand das durch die Biegung wechseln. Und wirklich schön auf den Zirkel gehen. Wir werden jetzt da, Tano, bei A auf den Zirkel gehen. Wir werden ein bisschen Biegung anfragen, Schatzi. Okay, danke. Und dann eben möglichst schön bei X auch umstellen, während ich ja auf der Diagonalen mein Pferd eigentlich idealerweise gerade gestellt haben möchte. Super. So. Das werde ich umstellen. Und in die neue Biegung nicht zu eng. Trotz Matsch. Super. Eben wieder auf dem Zirkel reiten. Und auch hier geht unser Zirkel noch nicht zu Ende. Auch wenn mein Pony das so sieht. Sondern erst jetzt, bei unserem imaginären Zeh, wäre das zu Ende. Diese Ecke hier reite ich wieder aus. Gleichzeitig ist das Ganze natürlich ein bisschen spannender am Trab. Ich muss jetzt mal schauen, was ich mit meinen Zügeln hier mache, wenn wir traben. Hier ist theoretisch schon ein Zirkel. Super. So. Dann haben wir ein Umbiegen. Super. Das ist ein Zügelkaus hier in der Hand. Das merke ich doch auch an seiner Laufart. Hier war ich jetzt ein bisschen spät, aber jetzt halte ich ihn möglichst gerade. Super. Und wir reiten über die Diagonale. Wir wollen hier eigentlich nicht verstärken, auch wenn der Tando das gerade ein bisschen macht. Super. Sehr schön. Und hier leiten wir wieder den Zirkel ein. Das heißt, ich nehme auch die Ecke so ein bisschen weg. Und machen einen Wechsel aus dem Zirkel. Wie gesagt, hier bin ich ein bisschen unkoordiniert aufgrund des Zügelwechsels. So, die letzte Übung hat wieder was mit Wolken zu tun. Und zwar wechseln wir jetzt die Hand durch die Mittellinie oder auch durch die Diagonale. Im Endeffekt könnt ihr das aussuchen. Und machen quasi bei X erst eine Wolke nach rechts, dann eine Wolke nach links. Oder eben andersrum. Auch da könnt ihr natürlich erst nach links und dann nach rechts reiten. Wir versuchen das jetzt einfach mal. Wir reiten also auf der Mittellinie jetzt stur Richtung A quasi, möglichst gerade. Und dann, wenn wir ungefähr bei X sind, leiten wir eine Wolke ein. Erst nach rechts. Super. Verkürzen die möglichst nicht, sondern reiten die bis zur Wande. Und dann wollen wir natürlich auch bei X wieder auskommen. Um dann kurz gerade zu sein und umzustellen zur neuen Richtung. Richtung B dann hier in unserem Fall. Also nach links. Und auch hier möchte ich dann wieder bei X auskommen. Und jetzt, sobald ich bei X bin, mein Pferd wieder möglichst gerade machen. Und wieder möglichst eingerahmt und schnurgerade auf A zuzugehen, ohne hier über irgendeine Schulter wegzudriften. Sehr gute Ahnung. Hier driften wir ein bisschen zur Mänenseite nach rechts. Super. So. Und dann kann ich damit meine Hand wechseln. So, wir versuchen diesen Sparsitz hier auch mal gerade im Galopp. Dafür müssen wir natürlich ziemlich gerade galoppieren auf der Mittellinie. Ich fange jetzt gerade auch einfach mal mit der Wolke auf der linken Hand an, weil ich jetzt gerade im Linksgalopp bin. Das heißt, wir versuchen auf die Mittellinie zu reiten. Komm. Möglichst gerade, 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 gerade. In die Wolke rein. Komm. Pony vorwärts. Super. Nicht stecken bleiben in der Bewegung. Super. Durchparieren. Super. Neuer Galopp. Komm. Gut. Wollte beenden. Und möglichst gerade auf A zu galoppieren. Gelingt uns so halb. Und dann in unsere richtige Seite abwechseln. Abwenden. Ja, das waren unsere vier Übungen zu kreativen Hubschlagvariationen. Wenn ihr noch Übungen zu bestimmten Themen habt, zum Beispiel, sei es der Trab fällt eurem Pferd schwer oder es rennt immer weg im Trab. Irgendwelche, ich sag mal, konkreten Probleme, zu denen ihr Übungen wollt, dann schreibt uns das sehr gerne in die Kommentare. Wir freuen uns da immer sehr bei Inspiration, uns neue Übungen auszudenken, die wir auch mit unseren Vierbeinern reiten können. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.